Hi Leute, heute stelle ich euch einen Handyvertrag vor, den man beliebig jeden Tag anpassen kann und für nur 99 Cent am Tag unendlich Datenvolumen bekommt. Und das Beste daran ist, dass wenn man mal einen Tag kein Datenvolumen braucht, dann kann man den Vertrag kostenlos pausieren, also man zahlt nichts. Und natürlich hört ihr nachher noch meine Meinung und Erfahrungen mit diesem Vertrag. Zuerst, diesen Tarif gibt es von Freenetfunk und ihr könnt zwischen zwei Tarifen wählen. Einmal 99 Cent am Tag, also bei 31 Tagen im Monat, wenn das ungefähr 31 Euro, könnt ihr auswählen oder es gibt den 1 Gigabyte am Tag Vertrag Tarif und da würdet ihr 69 Cent am Tag bezahlen. Und wenn ihr eben mal kein Datenvolumen braucht, dann könnt ihr den Vertrag ganz einfach pausieren und dann müsst ihr eben an diesem Tag nichts zahlen. Aber Achtung, aufgepasst, ihr könnt nur 30 Tage im Jahr umsonst pausieren. Wenn ihr insgesamt schon über 30 Tage Pause gemacht habt, dann kostet euch diese Pause 29 Cent am Tag. Was ich durchaus verkraftbar finde, da man SMS und Anrufe erhalten kann und auch eben gedrosseltes Internet weiterhin hat. Also man kann mit dem Internet eben noch WhatsApp-Texte senden, aber natürlich keine Videos oder ähnliches, datenintensives Stream. Wie funktioniert das mit dem Zahlen? Bei Freenetfunk müsst ihr tatsächlich über Paypal zahlen. Und das funktioniert nicht wie bei anderen Verträgen, dass sie eben einmal im Monat von eurem Konto abbuchen oder ähnliches, sondern jeden Tag buchen sie von Paypal eben, also wird es halt eben von Paypal gezahlt. Und es gibt auch keine andere Zahlungsmöglichkeit, außer halt mit Paypal. Wie ich das mache, einfach immer im Monat 30 Euro auf Paypal aufladen und dann ist man relativ safe. Dann nimmt sich eben Freenetfunk einfach das Geld, also halt einmal am Tag eben beispielsweise 1 Euro oder beziehungsweise 99 Cent von dem Konto. Und bis jetzt hatte ich damit noch nie Probleme gehabt. Eine wichtige Frage ist noch, welches Netz benutzt Freenetfunk? Und die Antwort ist eben das Netz von Telefonica, also O2. Und für mich ist es perfekt, weil ich möchte in keinem anderen Netz surfen als von O2, da Telekom und Vodafone mich echt enttäuscht haben. Ich habe zwar einen Vodafone-Vertrag und benutze ihn auch, aber mit O2 habe ich einfach deutlich ein besseres Netz. Es gibt eine Stelle und das ist, wenn ich Bahn fahre, dann ist Vodafone besser. Aber sonst überall auf Rastplätzen, im Wald, in der Wohnung, während dem Autofahren ist für mich persönlich O2 in meiner Region am besten. Aber da müsst ihr selbst schauen, wie bei euch die Netzabdeckung ist. So, was müsst ihr tun, wenn ihr jetzt eben einen Freenetfunk-Vertrag haben wollt? Ihr ladet euch einfach die App herunter, dann gebt ihr eben eure Daten ein, dann könnt ihr euch vier Zahlen aus der Nummer aussuchen und dann müsst ihr eine Startgebühr zahlen, also eben eine SIM-Kartengebühr, sagen wir es jetzt einfach mal so, also eine Aktivierungsgebühr, damit ihr die SIM-Karte bekommt. Und danach könnt ihr auch schon mit der Benutzung starten. Also es ist komplett simpel gemacht und wenn ihr keine Lust mehr auf die Karte habt, dann kündigt ihr sie einfach über die App. Also die App ist wirklich diese Schnittstelle, über die ihr alles machen müsst, beziehungsweise könnt. Bei Fragen kann man den auch über WhatsApp schreiben oder den natürlich anrufen. Noch anzumerken ist, dass der Maximalwert im Download 225 Mbits und im Upload 50 Mbits ist. Das reicht aus für jedes YouTube-Streaming. Aber natürlich sind es nur Peak-Werte, die ihr nicht dauerhaft erreicht. Ich habe im Durchschnitt 20 bis 50 Mbits, was für mich vollkommen ausreicht. Ihr könnt mit dem Vertrag natürlich auch Hotspots geben, um halt euren Freunden, eurer Familie einen Hotspot zu geben. SMS und Anrufflat ist natürlich auch dabei. Ein Manko ist, es gibt nur LTE und keinen 5G-Empfang. Aber da es bei mir eh sehr wenig 5G-Masken gibt, ist das für mich kein Problem. Jetzt kommen wir zu meiner eigenen Meinung und Erfahrung. Ich nutze Freenetfunk jetzt über ein Jahr. Hatte tatsächlich schon Probleme mit Freenetfunk. Also, dass sie halt eben Wartungsarbeiten gemacht haben und man dann für ein oder zwei Tage eben den Tarif nicht wechseln konnte. Also konnte. Aber meines Wissens hatten die das auch immer vorher angekündigt in der App. Aber das habe ich denen sozusagen verziehen. Also es war jetzt nichts irgendwie Negatives für mich, aber ich kann schon verstehen, wenn man halt eben mal Datenvolumen braucht und man kann es nicht aktivieren, dass es halt komplett erscheuert ist. Genau, ich nutze es eben als Zweitvertrag. Und zwar habe ich einmal einen 10 GB-Vertrag. Und wenn der halt eben aufgebraucht ist, beziehungsweise ich weiß, dass ich an diesem Tag mehr Datenvolumen brauche, dann buche ich mir einfach Unlimited Datenvolumen dazu. Und da ich ein Dual-Simmer-Handy habe, kann ich dann einfach das benutzen. Und für mich ist es sehr sinnvoll, da es, sagen wir mal, einen Arbeitsplatz gibt, der eben kein WLAN oder ähnliches hat. Und dort gebe ich mir dann einfach einen Hotspot und habe dann schnelles Internet in einem Raum, in dem man eigentlich kein Internet hat. Und dadurch, dass ich auch ein Fan von Telefonica bin, also von dem Netz, weil es mich einfach, ich glaube, ich bin jetzt schon fünf Jahre Kunde in dem O2-Netz und ich hatte bis jetzt noch nie Momente, in denen ich gesagt hätte, okay, das Netz ist schlecht. Also ich persönlich kann es empfehlen, als Zweitvertrag zu nutzen oder eben als Vertrag, der eben nicht so wichtig ist. Aber ich würde diesen Freenet-Funk-Vertrag nie als Hauptvertrag nutzen, da es mir doch in diesen Momenten zu unsicher ist, wenn man mal seinen Tarif nicht ändern kann. Und wenn man halt eben das Internet braucht, beispielsweise man fährt in den Urlaub und braucht halt Google Maps, dann wäre es halt fatal. Mit dem Datenvolumen in der EU ist das auch noch speziell, da man da ein Gigabyte täglich hat, also nach dieser Drosselung. Aber dazu kann ich keine weiteren Infos geben, weil ich das eben noch nicht im Ausland getestet habe. Nur um das kurz klarzustellen, ich bin nicht irgendwie verpartnert mit Freenet-Funk. Ich habe mir nur gedacht, yo, UJ, dir bringt dieser Vertrag was, vielleicht kannst du jemand anderen finden, dem dieser Vertrag auch weiterhilft im Leben, weil er beispielsweise auch vielleicht ein Zuhause hat, wo er kein schnelles Kabel-Internet hat und er eben für 30 Euro im Monat ein schnelles Internet hat. Ich habe es beispielsweise einem Studentenfreund empfohlen und dieser benutzt das jetzt auch schon zwei Jahre, glaube ich. Und er benutzt das wirklich als Haupt-Internetquelle, also er spielt Computerspiele darüber, er schaut YouTube, also er hat keinen klassischen DSL- beziehungsweise Kabelanschluss. Das soll es auch gewesen sein. Ein Like wäre super nett, dass es mir zeigen würde, dass es euch gefallen hat und ein netter Kommentar würde mich auch extrem freuen, um einfach zu sehen, dass die Videos geschaut werden. Und natürlich hilft es auch dem YouTube-Algorithmus, dass meine Videos besser gerankt werden. Abgerundet 1% meiner Zuschauer haben mich abonniert. Du kannst mir helfen, diese Zahl anzuheben, indem du mich abonnierst. Das war es jetzt aber auch wirklich. Peace out.